Nylon-Träume, nasse Strumpfhosen als Kick Seit längerem ist die Studentin Katharina die Geliebte eines erfolgreichen Top-Managers. So glaubt sie, sämtliche Varianten seiner sexuellen Vorliebe für Strumpfhosen zu kennen. Umso stärker wird sie an diesem Nachmittag überrascht, als sie eine völlig neue Dimension seiner Lust erlebt, die von ihrer vollen Blase ausgelöst wird. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr